Wer auf Reisen ist, macht sich oft Gedanken über die Sicherheit seines Hab und Guts in Hotels und Ferienanlagen. Das muss nicht sein. Besorgen Sie sich einfach diese mobile Alarmanlage von Visortec. Herzstück dieser Mini-Anlage sind zwei Metallkontakte. Sobald sie nicht mehr zusammengedrückt werden, ertönt der Alarm. Sie müssen die beiden Metallkontakte nur zwischen Tür- oder Fensterschlitz klemmen. Öffnen unbefugte Tür- oder Fenster, springen die Kontakte auseinander und die laute Alarmsirene erklingt. Wenn Sie den Schutz der Alarmanlage einmal nicht brauchen, können Sie sie auch einfach als praktische Taschenlampe einsetzen. Knopfdruck genügt. Die mobile Alarmanlage passt in jede Tasche und gibt Ihnen auf Reisen das gute Gefühl, dass Hotelzimmer, Wohnwagen und Co. sicher sind. So bleiben Sie ganz entspannt. Gute Reise! Gute Reise!